Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Küchenwagen im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Küchenwagen im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Sönle Page Profi. Der Sönle Kochbereich skaliert Page Profi dauert ein paar Sekunden, um online zu sein. Es hat ebenfalls Sensortuchhalter und ist zusammen mit dem AD auch der einzige in der Prüfung, der bis zu 15 Kilo berücksichtigt. Dank der Haltefunktion können Sie sie auch verwenden, um Pakete sehr bequem zu wiegen. Dies wird durch drückende Halte-Taste drei Sekunden ausgelöst. Der Piepton, der beim Einschalten und Verlassen der Haltefunktion erscheint, ist etwas lästig. Das Messergebnis bleibt auch nach dem Wegele haltenden Messergebnissen auf der Informationsanzeige. Nur die Sönle und die AD-Küchenbereiche haben diese Funktion. Auf der Rückseite werden Sie einen Schalter entdecken, den Sie nutzen können, um zu LB-Out-Scan zu wechseln. Umzug auf Nummer 4, haben wir die AD Digitale Küchenwaage. Die angenehme Waage K1601 von AD begrüßt Sie nach einem langen Drücken auf den Dachschalter mit einem Hallo. Das Display ist sowohl schön als auch hell und auch sehr gut zu lesen. Mit ihren karitativen Dimensionen sind die Küchenbereiche etwas umständlich. Mehrere Schalen oder Objekte können bequem gleichzeitig auf der auswertenden Oberfläche gewogen werden. Was wir ein wenig erschwerend entdecken, ist das Piepen beim Drücken der Schalter und auch, wenn die Waage mit ihrer Arbeit fertig ist. Die Haltefunktion, die es für Sie weniger kompliziert macht, riesige Objekte zu wiegen, kann an- und ausgeschaltet werden. Diese muss nicht auf Knopfdruck aktiviert werden, sondern ist von Anfang an energetisch. Auf Platz 3, haben wir die AD Digitale Küchenwaage. Der Küchenbereich EG 4352H von AD Digitale kann dank der historischen Beleuchtung leicht zu lesen ist. Dies ist nur energetisch für ein paar Sekunden. Die Bereiche verfügen über eine Plattform, auf der die zu betrachtenden Produkte eingesetzt werden. Die Anti-Fingerabdruck-Innovation stellt sicher, dass nicht jeder Fingerabdruck auf der Edelstahloberfläche auftaucht. Sie können zwischen der Statistik und dem englischen Gewichtssystem wechseln, indem Sie eine Drehung auf der Rückseite verwenden. Die Küchenwaage misst feste Gegenstände in Gramm sowie Flüssigkeiten in Millilitern, mit einer zusätzlichen Einstellung für Milch und Wasser. Eine Abnahme zeigt sich auf dem Bildschirm für Wasser und auch ein Tropfen mit einem M&M für Milch. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Digitalwaage Professionelle. Der Adore Kochbereich skaliert einen dunkelblauen Bildschirm mit weißen Ziffern, aber dieser ist nicht gleich beleuchtet. Die Oberfläche ist aus Edelstahl gefertigt und ist auch keine bewussten Fingerabdrücke. Je nach Lichtvorkommen ist der Schriftzug an den Schaltern nicht so einfach zu überprüfen. Auf der linken Seite ist das dare Geheimnis, dass ebenfalls die Ein-Schrägstrich-Austaste ist. Auf der rechten Seite des Displays entdecken Sie den Systemschalter, wo Sie zwischen vier Gewichtsgeräten wählen können. Dies sind Gramm, Unzen, Milliliter, sowie Pfund zu Unzen. Die Reinigung ist durch die schlanke Marge zwischen dem Gehäuse und der Wegefläche macht etwas Komplexes. Leider werden die Betriebsanweisungen nur an englisch- und chinesisch-Eineboten angeboten. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Beura KS19. Mit seinen fünf Messsystemen ist der Beura KS19 Schieferkochbereich breit angelegt. Unten können Sie aus Gramm, zusätzliche Pfund Unzen, Milliliter und Flüssigunzen wählen. Der Schieferstil verhält sich zu berücksichtigen, aber auch Abseitsspuren ein wenig vom unauffälligen sowie leider dunklen Bildschirm. Es gibt zwei Sensor-Anheiztasten unten aufgeführt. Auf der linken Seite die Taste, mit der Sie die Abmessungen sowie rechts den Ein-Schrägstrich-Ausschalter sowie die Zusatzwegefunktion ändern können. Die Rückseite sieht wegen des Kunststoffs nicht ganz so hoch wie Premium-Qualität aus, die Front ist ein echter Hingucker. Es ist aus Sicherheitsglas sowie kann dank der Sensor-Anheiztasten nur ordentlich ausgeführt werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergesst